Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der Kreide-Bildung in Riebe. Wir arbeiten hier im Feld 60 an. Wir greifen nun mal ein Abfahrrad, damit die Headwear läuft. Wenn er steht. Dass wir hier mal einen Sprung rein kriegen. Wenn der ja voll sein sollte, der erste Hänger. Der wird gleich im Zweifel. Riebisch. 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 jetzt nehmen wir den lkw beziehungsweise fahren jetzt zum hof beide fahren auf weil wir wieder weg geht bevor uns hier der reine wieder voll ist oder genau näher und dann genau nach vorn da werden wir auf die lauer liegen wir sehen, vielleicht kommt der rausgefahren aber die Kurve ist heftig da gewählt wird nix hier so ist hier so warm 4.20 grad hier 4.20 grad 5.20 grad ne rollfunktion großer flugthaus fahren eigentlich 98 99 aber 5.20 grad 80 60 100 99 Der fährt nämlich gleich mehr los und dann fährt er uns übern Haufen. Ja, KI-Fahrer, die sind gut Krapierat gesünd. Die kennen da nix. Na wie gesagt, Kursfläser noch in der Beta-Phase. Aber weint noch nicht fertig. Ich bin noch mal froh, dass es überhaupt funktioniert. Im großen und ganzen Jahr funktioniert. So, jetzt fahren wir noch die Fuhre weg. Können wir mal gucken, ob wir kaufen können. Guck mal nix hin. So, Preis hier, verkaufe. PC, PC. Speichern. Raps 1255. Das heißt. Ja. Die Karte auch mal. Links. Es ist um die Ecke. Genau genau. Wollen wir die Karte anlassen. Hauptsache unser Kollege, ob wir es nicht entgegen. Muss ich schaue. Nicht zu sehen. So. Das ist am Landhandel. Ist ja um die Ecke. Nicht zu sehen. Dann beton ich mir die Ecke. Die ist weit weg. Die Linie verwallen rum. Aber das macht nichts. Die rennt nicht weg. Der wird die um die Ecke. Häftige Kurve hier. Wir kommen da hin. Ah, hier ist der 1. Der Landhandel. Wie freundlich. Ja, das ist nicht gut. Wieso kippt er die so ab? Ach, das ist ja ein anderer Anhänger. Ach so. Nicht der große wie ich dachte. So. Komm, das ist das Hüppchen. So, okay, zurück zum Hof. Nur mal schauen, ob der andere arbeitet. Jetzt bin ich äußerst, äußerst wichtig. Ohne scheinbar drauf zu zählen. 60 Prozent. Ein bisschen nebenbei müssen wir mit der Wiese anfangen. Damit das läuft. Wäre ja nicht verkehrt, wenn wir ein bisschen Geld bedienen können nebenbei. Ohne, nee. Ohne. Ohne. schön aufgeräumt platz schön und hänge haben wir hier noch verkaufen können immer noch 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 Ich bin der nächste Mal. Ich bin der Karte. Lange wäre es echt gut. Super, fast perfekt, Kontrolle, die Arbeit läuft, der Arme ist auch bereit, der war auch seine Arbeit und der auch. So, das sieht gut aus. Jetzt wollen wir die Wiese kümmern, zumindest anfangen. So, die Kurs haben wir geladen. 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 So, die Kurs machen. Das heißt, Kurs generieren. So, die Kurs haben wir noch mal ausklacken. So, ob man richtige Breite errechnen kann. So, die Kurs haben wir noch 8,90 Meter. So, die Kurs haben wir noch 90 oder nicht. Ja. Ach, ach. So. Wir brauchen hier viele Vorgewände, weil er schlecht weg ist. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020